Ich bin von der Firma Knut und wir sind ein Unternehmen, das schon seit Jahrzehnten in Deutschland existiert. Wir sind Hersteller von Werkzeugmaschinen, unterschiedlichster Art von den konventionellen Dreh, Fräs, Schleif und Bohrmaschinen bis zu hochmodernen Laserschneidanlagen, Wasserstrahlenanlagen, Plasmaschneidanlagen. Auf diesem Stand stellen wir die Schneidanlagen her. Einer der wichtigsten Bereiche unserer Firma. Eine Wasserstrahlenanlage ist eine Schneidanlage zum Trennen von Metallplatten, beziehungsweise zum zweidimensionalen Schneiden von Stahlplatten. Der größte Vorteil von dieser Technologie ist eben die Vielfalt der Materialien, die man damit bearbeiten kann. Das sind im Grunde alle Materialien, die weicher als abrasiv sind. Also von Plastiken über alle Metalle und Buntmetalle bis zu gesünderten Keramiken. Ich arbeite seit Jahren bei der Firma Knut. Wir haben ein sehr dynamisches Team mit sehr interessanten Leuten. Es wird eine ganze Menge neue Sachen bei uns entwickelt und das macht wirklich Spaß.